Chapter 1 Thema, School what school is like a school activities, 1. Wie findest du jetzt die Sekundarschule? Die Sekundarschule ist ziemlich gut und es macht mir immer Spaß, neue Fächer zu lernen. 2. Welche Pläne hast du für nach den Prüfungen? Nach der Schule werde ich vielleicht nach Frankreich fahren. Das wird toll sein. 3. Was muss man machen, um nicht sitzen zu bleiben? Man muss, meiner Meinung nach, fleißig arbeiten und die Hausaufgaben machen. 4. Stehst du an deiner Schule unter großen Druck? Warum, nicht? Ich denke, dass es in meiner Schule nicht so schlimm ist, weil die Lehrer echt nett sind. 5. Hast du je etwas gegen die Schulordnung gemacht? Was ist passiert? So viel ich weiß, nein. Ich versuche immer brav zu sein. 6. Was wirst du heute nach der Schule machen? Wenn ich Zeit habe, werde ich mit meinen Freunden Fußball spielen. Das wird Spaß machen. 7. Was hat dir an der Grundschule gefallen? Wir haben viele Pausen gehabt und das hat mir gut gefallen. 8. Kannst du mir dein Schulgebäude beschreiben? Das Schulgebäude selbst ist nicht besonders modern, aber die Klassenzimmer sind gut ausgestattet. 9. Was ist auf deiner letzten Klassenfahrt passiert? Wir sind nach Landen gefahren, aber leider war das Wetter sehr schlimm und deswegen habe ich mich erkältet. 10. Wie feiert man Erfolge an deiner Schule? Wir bekommen einen Preis. Ich denke, dass das sehr gut ist und meine Eltern freuen sich immer darauf. Chapter 2, Thema Identity and Culture, Cultural Life 1. Liest du gern? Ja, ich lese sehr gern, weil das Spaß macht. Mein Lieblingsautor ist Rold Dahl. Er ist einfach fantastisch. 2. Siehst du Filme lieber zu Hause oder im Kino? Ich sehe Filme lieber zu Hause, weil es viel billiger und bequemer ist. 3. Bist du sportlich? Ja, ich bin ziemlich sportlich und liebe es, Rugby zu spielen. 4. Was wirst du am Wochenende machen? Ich werde viele Bücher lesen und Hausaufgaben machen. Das wird toll sein. 5. Welches Fest hast du in letzter Zeit gefeiert? Ich habe in letzter Zeit keine Feste gefeiert, weil ich sie ziemlich doof finde. 6. Welchen Film, Fernseher oder Sportstar magst du? Ich mag Alice Ginge, weil er ja toll Rugby spielen kann. 7. Was hast du in letzter Zeit gelesen? Kannst du das beschreiben? Vor kurzem habe ich Der Herr der Ringe gelesen. Das war sehr spannend. 8. Hast du je ein Instrument gespielt? Welches? Ich habe das Klavier gelernt. Ich bin aber leider nicht besonders begabt. 9. Warum muss man Sport machen, meinst du? Ich denke, man muss Sport machen, um fit zu bleiben. Was meinen Sie? 10. Welche Pläne hast du für deinen nächsten Geburtstag? Ich werde mit Verwandten meine Geburtstagsparty feiern und danach ins Kino gehen. Chapter 3 Thema Identity and Culture, WHO am E? 1. Was machst du gern mit deinem Freund? Deiner Freundin? Ich unterhalte mich sehr gern mit meinen Freunden. Wir verstehen uns sehr gut. 2. Kommst du immer gut mit deinem Freund schrägstrich deiner Freundin aus? Normalerweise komme ich mit meinen Freunden klar. Das gefällt mir. 3. Glaubst du, ihr werdet immer miteinander befreundet sein? Ja, ich glaube wir werden immer enge Freunde sein und das finde ich toll. 4. Wie verstehst du dich mit deiner Familie? Eigentlich verstehe ich mich ganz gut mit meiner Familie. 5. Ist eure Beziehung manchmal kompliziert? Nicht unbedingt kompliziert, aber das Familienleben ist nicht immer so einfach. 6. Was habt ihr letzten Sommer zusammen gemacht? Wir sind nach Frankreich gefahren und der Urlaub war einfach fantastisch. 7. Wie würdest du dich beschreiben? Ich bin ganz normal, meiner Meinung nach. Ich bin ein guter Freund, Sohn und Bruder. 8. Wie möchtest du sein? Ich möchte vielleicht ein bisschen geduldiger sein. 9. Wann hast du das letzte Mal mit deiner Familie gestritten? Warum? Das letzte Mal, dass wir uns gestritten haben, war weil mein Bruder sehr müde war. Leider wird er immer wütend, wenn er nicht gut geschlafen hat. 10. Mit wem verbringst du gern deine Freizeit? Ich verbringe meine Freizeit sehr gern mit meinen Freunden. Chapter 4 TNA Identity and Culture Daily Life 1. Wie ist dein Zimmer? Es ist ziemlich groß und es gibt drei Bücher regel und mein Bett. Es ist auch ziemlich chaotisch. 2. Was wirst du heute Abend zu Hause essen? Heute Abend werde ich sehr schnell eine Pizza essen, weil ich Rugby spielen muss. 3. Hast du in letzter Zeit ein köstliches Essen gegessen? Leider nicht, aber ich hoffe, bald zu kosmogen zu können. 4. Was findest du positiv oder negativ an Technologie zu Hause? Ich denke, dass die Technologie nützlich für die Forschung ist, kann aber sehr langsam sein. 5. Was darfst du zu Hause, nicht, machen? Zu Hause darf ich keine Snacks essen, weil meine Eltern mir das verbieten. Leider. 6. Wie würde dein ideales Haus sein? Mein ideales Haus würde sehr groß mit vielen Zimmern und mit einem langen Garten sein. 7. Was ist deine Lieblingsmahlzeit und warum? Mein Lieblingsmahlzeit ist ein Alles-was-man-essen-kann-Buffet, mit einer großen Auswahl an Gerichten. 8. Würdest du lieber in einer Wohnung oder in einem Haus wohnen? Warum? Ich würde lieber in einem Haus wohnen, weil es mehr Platz gibt. 9. Was hast du gestern vom Aufstehen bis zum Mittag gemacht? Ich habe schnell gefrühstückt, mich für die Schule angezogen und bin dann zur Schule gefahren. In der Schule habe ich Deutsch gelernt. 10. Wie würdest du in Zukunft soziale Netzwerke benutzen? Ich werde WhatsApp benutzen, um in Kontakt mit meinen Freunden zu bleiben. Chapter 5. Themen Local Area. Heute an Travel 1. Wie war die Ankunft? Bei einem Urlaub. Ich bin in Frankreich gut angekommen und das Wetter war herrlich. 2. Würdest du, wieder, ohne Stadtplan in eine fremde Stadt fahren? Nein, das würde ich nicht tun, weil ich mich nicht verlaufen möchte. 3. Wo möchtest du hinfahren? Ich möchte nach Nachfrankreich fahren, weil es dort so schön ist. 4. Würdest du lieber in eine Stadt oder ans Meer fahren? Und warum? Ich würde lieber in die Stadt fahren, weil es wärmer und bequemer ist. 5. Mit welchen Verkehrsmittel fährst du am liebsten in den Urlaub? Ich fahre lieber mit dem Auto, weil es zuverlässiger ist. 6. Kann ein Urlaub zu Hause auch Spaß machen? Ja, das kann sein, wenn man den Urlaub mit Freundeten wehbringen darf. 7. Wirst du in Zukunft selber ein Auto haben? Warum, nicht? Ja, ich hätte gerne ein Auto, weil es einfacher zu reisen ist. 8. Übernachtest du lieber bei dir oder in einem Hotel? Warum? Ich bleibe lieber in meiner eigenen Wohnung, weil Hotels oft schmutzig und nicht bequem sind. 9. Wie war der Unterkunft beim letzten Urlaub? Ich habe in einem Hotel übernachtet, weil es die beste Wahl war. Es war super. 10. Wie war dein letzter Restaurantbesuch? Es herrschte eine nette, freundliche Stimmung und das Essen war fantastisch. антastisch. 10. Wie war der Unterkunft beim